In einem kleinen, großartigen Ort in der Nähe von Nürnberg, da gibt es einige Menschen. Menschen, die täglich zusammenkommen, um das zu tun, was sie lieben. Oh, so lange schon. Gemeinsam schaffen sie unkaputtbares Outdoor-Equipment für unendliche Abenteuer. Wahnsinn, das nenne ich deutsche Ingenieurskunst. Dafür ist ihnen keine Aktion zu nass, kein Weg zu weit. Da ist aber jemand fit. Und kein Ziel zu hoch. Und wenn doch mal etwas schief geht, dann kümmern sie sich auch darum. Wie neu. Sie legen sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Okay, manche eher nicht. Ah, da ist er ja. Die einen arbeiten kreativ, die anderen im Marketing. Naja, manchmal. Und andere schaffen wirklich was. Gemeinsam tüfteln und lachen sie. Etwas viel Spaß, oder? Gut, ich sag schon nichts. Sie sind Kollegen, Freunde und Nachwuchsförderer. Ihr Versprechen 100% wasserdicht. Ihr Geheimnis bleibt unter Verschluss. Sie alle sind Ortlieb. Ich bin Ortlieb. Ich bin Ortlieb. Ich bin Ortlieb. Er ist ein Ortlieb. Arnie, Ortlieb. I am Ortlieb. Ortlieb hätte ja. Und ich, ich bin Hartmut Ortlieb. Und seit 40 Jahren verdammt stolz auf diese Menschen, meine Mitarbeiter. Irgendwie haben die es immer mit dem Wasser. Naja, wie man hier so schön sagt. Genau. Ja, wie man hier so schön sagt. Untertitelung des ZDF, 2020